Dinger übrig hast? Nehme ich gerne mal ein, zwei. Äh, Fly, ich meinst du? Ja. Ja klar. Ich komm jetzt eh zurück. Und PS, guck mal hier, die Dinger sind schon wieder neu gespawnt, die Golddinger, ne? Sehr gut. Die Dinger, die ich vorher eben leer gemacht hab, die hab ich jetzt grad alle nochmal, äh, abgegrast. Oh. Ja, meine eine Hacke ist bald kaputt. Die hat's bald hinter sich. Stimmt, ne Hacke wollte ich noch kaufen. Aber kann ich eh nicht, da eh alles zu. Oh, ich freu mich gleich, die scheiß Dingens zu haben. Aber die gehen ganz schön steil runter, ne? Was? Die Kanönchen. Also ich hab jetzt, die eine ist auch schon wieder zur Hälfte K.O. Also meine eine Knarre ist komplett platt. Ja, ja, eine ist komplett platt. Und die neue, die ich mir dafür geholt hab, die ist, äh, auch schon wieder halb K.O. Ach so, krass. Ja. Was hast du denn gemacht damit? Geschossen. Ja, ja, aber auf wen? Ja, ein bisschen in den Puppe gesteckt. Oh, oh. Anständig. Ich dachte, die ist dafür da. Ja, doch. Also nix verkehrt gemacht. Einfaches Bett. So ein Leder. Stoff. Zubereitet sich Holz. Ja, möchte ich mir lieber das machen. Dann muss ich aber noch zubereiteter Stoff leeren. Altes Bett, ja. Ja, dauert aber auch was, dass man sich das machen kann. Aber man kann man ja sowieso nicht pennen. Vielleicht geht das dann, wenn man das Bett hat. Keine Ahnung. Ach, meinst du, das geht dann erst, äh, also dann erst? Ja. Mal gucken, kann man wirklich so einfach bei mir einbrichten? Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Wäre mal das jetzt nicht. Könnte auch was zu essen vertragen tatsächlich. Ich bin schon bei mir in der Hütte und am Kochen. Da hab ich ja mal Hoffnung, Alter. Ja. Ja. Kriegst gleich ein gutes Bibersteg. Äh, unter der Treppe. Voll geil. Voll das mega geile Labyrinth. Im Ernst? Hat der echt auf dein Pferd geschossen? Ja, ja. Warte, ich komm jetzt. Aber ich hab eh keine Knarre. Ich kann gar nichts machen. Der kann ja nicht auf mich schießen. Ja, ja. Aber warum macht der das? Komm rein in mein schönes Haus. Hier, guck dir alles an. Wunderschön, oder? Alles schön hier. Alles wunderbar. Ist doch fristig. Ey, aber pass auf, wenn ich jetzt gleich was fallen lasse, ne? Ne, das machen wir nicht, wenn der da ist. Jetzt nicht mehr. Siehst du, deswegen brauchst du doch ein paar Türen. Ja. Ich mach dir hier einfach rein. Und guck dich jetzt alles an. Ich mein, kann der ja machen. Der kann ja eigentlich nichts kaputt machen. Ich hatte grad ein bisschen Schiss, dass der Pferd, aber ich kann dir ja auch nichts aneinander werf machen. Ne, ne? Äh, komm mal schnell her. Ja, ich komm. Äh, warte. Jetzt. Jo, eins hab ich. Das sind zwei. Ja, danke sehr. Dann stack ich mir mal eins. Ja. So, ich hab jetzt drei Balken voll. Wo ist der Typ? Sind wir noch hier bei mir drin? Wahrscheinlich irgendwo. Kaninchen kannst du nicht machen, ne? Äh, ne. Kann ich aber, ah ne, kann ich nicht machen. Ich kann aber mal gucken. Kaninchen, das kostet. Einen Punkt und ich hätte zwei Punkte. Ich könnte, hast du Kaninchen? Ich hab grad eins in meinem, äh, Inventar zufälligerweise. Äh. Ja, komm, dann lern ich das jetzt. Bist du hier der Koch und ich guck, dass ich, äh, abhundet. Ja, dann müssen wir mir das Kaninchen mal, ich bin auf dem Dach, ich bin hoch. Ich komm jetzt zu dir. Da. Ja. Dann koch mir das mal lecker. Bella. Schanella. Schanella. Warum hast du eine Treppe, die uns nichts führt? Weil da noch nichts ist. So, wo bist du? Bin hier, geheim. Äh, geheim, warte. Dann komm ich auch geheim. Hier, warte, hinter dir. Äh, Kaninchen da, zack. So, hast du? Jo. Ein gegreiltes Kaninchen. Jo. Äh, wie spät haben wir es? Ein Uhr. Was? Wenn du irgendwo mal Dünger oder Heze brauchst. Ja, wenn wir hier anpflanzen oder so. Genau. Dann sagt Michel. Ja. Jo, da ist er. Moin, moin. Gucken, ob du noch auf dem Ersten bist, meinst du? Wo bin ich nicht? Wow, wer schießt denn da? Was war ich? Ich schau mal, ich schau mal. Ich weiß, ob ich mir Mühe geben muss, ein bisschen rauszupressen, die Behinderte oder nicht. Ach so. Aber ich denke mal, ich werde Punkte brauchen. Ich glaube leider auch. Du bist bei 29.359 und der zweite ist bei 28.400. Der ist noch bei 28.000. Wieder. Und 1000 Punkte dazwischen, ja. Ich bin noch eins. Ja. Okay. Aber ey. Hä? Der hat aber gerade einen Dickfisch gefangen. Der hat auch eben noch 25.000 nur und jetzt damit jetzt. Ja, ich weiß, aber der hat danach gerade noch mal einen davon rausgezogen. Ach so. Der ist dann zwar nur noch ein Platz zwei, aber eigentlich dachte ich, ich hätte nur noch 1000 Punkte Vorsprung. Vielleicht hat er noch was verloren. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich... Gut, ich hatte auch lange keinen Störmähm 40-Kilo-Bereich, aber das, wie ich hier ein paar Lava gemacht gerade, das ist für mich ein bisschen... Zu viel, das Guten. Interessant. Ich wollte mir hier noch eine Wand reinziehen, aber dafür brauche ich noch ein bisschen Holz anscheinend. Ja, wir haben jetzt eh noch hier Zeit, weil der Laden macht in... Hier ist noch ein bisschen Holz-Hackerino hier bei der alten Familien-Eiche. Ja, komm, dann mache ich auch noch. Wahrscheinlich ist dann, bis die Hacke platt ist. Wie groß... Boah, meine Hacke ist auch schon so gut wie platt. Ich habe ja gerade eine neue gekauft, oder heute noch an dem Tag. Ja. Aber auch wieder 325 Golden-Luggets. Schon wieder jetzt? Mhm. Okay. Ey, warum macht denn das hier so ein... Ja, man muss sich halt einmal wirklich... Das ist jetzt am Anfang so. Wenn man da den Weg ein paar Mal lang geht, dann hast du eigentlich erstmal genug Geld für den Flugzeug zur Zeit. Wenn ich jetzt vielleicht noch die geile Flinte rollengehe, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ein bisschen Munition dazu ist, dann wahrscheinlich auch das meiste schon fast wieder weg. Ja, ne? Und noch ein bisschen Geld übrig lassen, weil wir müssen jetzt gleich weitere Reisen machen. Das machen wir am besten mit dem Zug. Deswegen ein bisschen Geld für die Zugtickets sparen. Ach so, da brauchen wir ja auch noch. Kostet auch wieder 18, glaube ich, hat das, ne? Ja, maximal 3. Wir müssen diesmal weit weg. Also kann sein, dass es diesmal ein bisschen teurer wird. Ach so, okay. Bei mir ist jetzt ein neuer Teil der Karte aufgemacht worden. Mit einer neuen Stadt. Wie ein neuer Teil der Karte. Standfield. Ach, da ganz oben, ne? Ja. Ja, geil. Und da ist dann auch in der Nähe, oder was heißt in der Nähe, aber da, in dem Bereich ist auch eine neue Missionsziele. Ach so, da ist das dann. Ja. Ja, okay. Ey, guck mal, dann guck mal auf die Map. Direkt bei Gracevale ist noch hier dieser Ballon runtergekommen. Ja, willst du da jetzt hin, oder was? Nicht jetzt, aber wenn wir nachher da mal hinreisen, können wir ja da auch vorbei. Ja, so, wenn du da auf den Ballon guckst, dann rechts ist ja das Haus. Ja. Wo wir, äh... Und da, so ungefähr rechts weiter oben, da wo die Crystal Plains stehen, da drüber ist ungefähr das, äh, eins der Missionsziele und eins ist in der Nähe von, äh, über Little Creek rechts. Little... Auf Little Creek war unten die erste Stadt, die von Zombies überrannt wurde. Ach so, Stone Creek meinst du? Ja, meinte ich ja, Stone Creek. Das ist so ein bisschen, da wo die Schienen aufhören ungefähr, da links daneben ist das andere Missionsziel. Okay. Ja, wo sollen wir denn dann hin? Zu den Stone Creek oder zu dem anderen? Der geht erstmal nach Stone Creek, aber du musst ja erstmal noch das andere machen. Ach so, ist das entweder oder, oder, ähm... Wir müssen beides machen. Ah, okay. Ich weiß übrigens, warum ich, äh, mehr, äh, XP-Punkte hatte als du. Warum? Äh, ich bin ja voll oft, äh, wo du hier am Hämmern warst und dein Haus gebaut hast, hab ich doch gesagt, ich geh mal die, äh, Gegend erkunden. Ja, stimmt. Und beim Erkunden kriegst du jedes Mal 250, äh... Vielleicht reicht es vielleicht einfach mal ein bisschen durch die Gegend, weil ich krieg jetzt 50% mehr davon. Ach, guck mal. Vielleicht krieg ich dann auch mal ein paar Levels. Aber guck mal, hier hab ich mir jetzt schon mal... Die Hütte wächst und gedeiht. Ja, anständig. Jo Männer, sorry, ich war am Essen und jetzt ging eben das Essen. Ich war am Essen und jetzt geh ich eben essen, was? Das ist schade. Ja. Warte, warte, ich versuch nochmal neu. Jo Männer, sorry, ich war am Telefonieren und jetzt geh ich eben Essen. Alles klar. Ja, ja, aber ich fand die vorherige Aussage besser, um ehrlich zu sein. Okay. Glaube ich. Da war ein bisschen viel Information. Alles gut. Jo, bis gleich mal. Bis gleich. Guck mal, ich hab hier ein bisschen schöner jetzt gemacht, wenn du möchtest. Das sieht alles aus wie, äh, wie ein Tauberbuch. Wie aus dem Tauberbuch? Reitet dann auch mal ein bisschen durch die Gegend, bis die Geschäfte aufmachen. Was hast du da gemacht? Ich hab ein bisschen, dass es ein bisschen drin bei mir schöner aussieht. Ach so. Das musst du dir jetzt sofort angucken, sonst rast ich aus. Ich komme gleich. Bist du nicht? Guck mir mal ein bisschen die Nachbarschaft an. Ja, mach das. Ja, wir können ja jetzt eh nichts machen, äh, wirklich. Also ich sammle halt weiter Vorräte. Holz und Dingens könnte man jetzt noch schürfen, ja. Ja, genau. Ja, bis 6 Uhr. Wie spät hatten wir es da? 2 Uhr 20. Ja, vor 6 macht der Laden halt nicht auf, ne? Das ist schon ein bisschen, äh, ja. Ja, ist halt geil, dass man halt nicht irgendwie pennen kann, um das, äh... Zu beschleunigen, ne? Aber da andere noch auf dem Server sind, ergibt das schon Sinn. Ja, wäre ja voll geil. Du bist am Zocken, auf einmal wird voll, äh, Tag hell. Ja, genau. Aber Ding, 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 die ganze Zeit. Das war ich halt die ganze Zeit. Mang, 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 mang. Ja, das wäre schon, äh, ja. Ja, links. Vielleicht bin ich mal ein Kräfer rein. Vielleicht bin ich ja auch ein schönes. Ich würde ja gerne wissen, was diese komischen Masken hier zu sagen, zu tun haben. Masken? Was meinst du? Masken. Ach so. Ach ja, das will ich auch wissen. Und ich hab dir doch gesagt, es gibt da diese, äh, Strom... Äh, äh, ich hab das irgendwo hier in so einer Info gelesen, wie die heißen. Stromcatcher oder sowas. Äh, äh, nee, Stormcatcher. So war das irgendwie. Und das sind auch so, kennt ihr hier den Film, äh, Wild Wild West oder sowas? So, komische Konstrukte, die sehen da auch so komisch aus. Äh, wo ich hier durch die Gegend geritten bin, hab ich das doch gefunden. Aber ich konnte ja nix machen, deswegen bin ich weggegangen. Also hab ich da nix, ja, ich konnte nix machen und dann bin ich weiter. Hier, warte mal. Ich schick dir mal noch ein Bild. Das ist wahrscheinlich gar nicht unnütz, bevor wir das immer wieder vergessen. Warte. Hier. Ach, es bekommen ja, ne? Ja, ich guck's grad. Das, was wir brauchen für die... ...Bellreise-Dinger immer. Ah, ja geil. Fünf Stück, fünf Stück, zwei und fünf. Ja, okay, und das hatten wir aber alles, ne? Na ja, jetzt gerade, bei dem ersten, ja. Ach so, das wird dann wahrscheinlich immer pro Ding teurer, ne? Ne, ne, das ist jetzt wieder bei dem... Ich hab jetzt grad wieder eins gefunden. Das ist jetzt, äh... Also, kosten alles immer gleich. Ach so, ja, okay. Aber halt nicht völlig trotzdem, ne? Ja, ja. Find hier nix. Hier ist gar nix. Was meinst du? Oder was suchst du? Keine Ahnung, irgendwas? Ach so. Einfach irgendwas. Einfach irgendwas. Irgendwett. Erdeckt, ja. Letten die... Dead Eye Pass. Oh, oh. Geh mir mal nochmal was zu trinken, Holm. Sorry, ich komm sofort. Schöne. Ich reite einmal einen großen Kreis, mal gucken, was ich so finde. Okay. Letten... Ja. Okay. It's up there. It's up there. So, jetzt aber. Ich bin gerade aus irgendeinem Grund zwei Level auf einmal gestiegen. Ja, ist doch geil. Ja, kann ich auch alles herstellen. Ich kriege jetzt auch drei, weil ich habe wirklich dieses Erkunden, habe ich halt direkt auf 50% gemacht. Ich kriege jetzt 275 Erfahrungspunkte und nur wenn man hier diese Straße entlang reitet, kriegt man voll oft Punkte halt. Ja, habe ich ja gesagt. Ich bin ja auch da Erkunden irgendwie gegangen und da habe ich auch immer zwei. Ja, ich habe halt nur 250 bekommen, aber kriegst du halt jedes Mal dick EP. Ist auch voll geil. Aus irgendeinem Grund hast du das auch auf der Karte. Ist mitten, jetzt ist sie weg. Wird ja gerade mitten auf der Karte eine Alchemie-Werkrank rumhängen. Wenn du M drückst oder was? Ja, ja, auf der Camp Mad war die auf einmal mitten im Wald irgendwo. Ich wüsste noch, wo die ist, aber ich reite da jetzt nicht hin. Okay. Keine Ahnung, warum mir die da angezeigt wurde. Nee, bei mir wird nichts angezeigt. Aber hier ist schon wenig Schluss leider, muss man auch ganz ehrlich sagen, auf dem Weg. Also ich bin jetzt, ich reite hier gerade, wenn du mal auf die Karte guckst. Ich bin den ganzen Weg lang geritten jetzt hinter mir. Okay. An der Kreuzung da rechts, da ist nichts gewesen unterwegs. Da war gar nichts. Ja. Okay. Ich sehe jetzt, wo du lang kreitest. Jetzt komme ich gerade langsam wieder zurück. Ja, ja. Oh, da haben wir wieder was gefunden. Was denn? Totalwüste. Mojave-Wüste. Ach so, ja, ja, genau. Die ganzen Bereiche. Das hat irgendwie diesmal keine Punkte. Sehr komisch. Ja, da waren wir schon. Mojave-Wüste waren wir schon. Entdeckt dann wieder drin. Okay, alles klar. Du kriegst immer nur einmal, wenn du so einen Bereich betrittst. Aber wie gesagt, hier ist halt nicht viel, ne? Irgendwie. Auch keine Tiere, so im Allgemeinen. Das ist irgendwie... Ja, die sind ja nur, wenn du die Map irgendwie aufrufst. Ja, ja, dann auch sehr wenig, ne? Ja, das stimmt schon. Also das hätte man ein bisschen besser machen können, dass jemand ein bisschen mehr Gesocks rumströbt. Ich hab grad mal geskillt, dass mein Pferd 10% schneller sich wieder erholt. Ah, erholt, okay. Ja, ich glaub, das ist auch gar nicht so unwichtig. Ah, das hatte ich schon auf 5%. Ach, ich hab wieder 6 Punkte. Geil. Na, das ist irgendwie das Alchemie-Ding, doch, jetzt geh ich da mal hin. Jetzt will ich wissen, was das ist. Es ist mitten in den Bergen. Wie komm ich da hin? Da, was ist das? Krass. Das meinte ich doch da, Sturmfänger. Das ist das Ding, was ich meinte. Aber ich weiß halt nicht, was man da machen kann. Ich bin jetzt grad bei einer Station, keine Ahnung. Oh Gott, hier gibt's halt ne Werkbank. Oh, zubereitetes Metall findet man hier. Und, oh! Pick Iron. Ich kann mir so ein Dingens kaufen. Ein was? So ein Schloss. Echt? Kann ich noch nicht herstellen. Grass Alloy. Keine Ahnung, was das ist. Auch irgendeine Dingens. Ach, das sind diese Brustplatten, oder was, Schantel? Wie hieß das? Ich geh nochmal in meine Metafel, hier ist jetzt ein Deutscher. Pick Iron, nee, und Brass Alloy, wenn ich das finde. Okay, aber ich glaube, das ist irgendwas für deinen Schutz. Kann gut sein. Aber ja, noch ist es halt nur ein Barren. Naja, okay. Und hier kann man halt noch irgendwo reingehen. Ich hab Angst, dass die Tür hinter mir zugeht. Wenn hier jemand Müllstwillig einsperren möchte. Ja, aber mehr, aber keine Ahnung. Hier kann man jetzt nur an diese Alchemie-Station. Mehr gibt's hier irgendwie nicht. Ja, wir haben jetzt schon 4.10 Uhr. Ich kann jetzt... Boah, hab ich mich erschrocken. Ein Moment. Gesundheit! Gesundheit. Hier liegt halt überall verarbeitetes Detail schon rum. Das ist schon mal nicht schlecht. Echt? Ja. Ja, komm, vielleicht sollten wir die Zeit dann so nutzen. Dann komm ich jetzt doch nochmal zu dir. Ist das weit weg, wo du bist? Warte mal. Ich weiß halt nicht, ob du jetzt auch noch eins auflammeln kannst, ne? Wenn ich das auflammeln hab. Aber wäre ja nicht schlimm. Ich kann es ja mitbringen. Aber hier ist halt auch sonst nichts. Hier ist halt so ein großer... So eine große... So sieht aus wie eine Tesla-Spule. Ja genau, das meinte ich ja. Wie bei hier der Dingensfilm. Das sieht halt voll stylisch aus. Aber was man damit machen kann, hab ich nicht ganz... Du kannst ja auch noch eine. Ich hab zwei von diesen Pick-Irons gefunden. Wenn du willst, kannst du dir nachher auch noch so ein Schloss kaufen. Du kannst dir schon mal zwei. Wohnen bei dir hinbauen. Aber mehr ist ja, glaube ich nicht. Also keine Ahnung, wofür die sind. Aber die sind auf der Karte auf einmal einfach... Ich hoffe, die bleibt jetzt einfach jetzt auf ihr eingezweicht, ne? Ja. Oh, hier ist noch was. Kann ich mal sehen. Black... Aber du bist immer noch an dem Punkt, ne? Weil ich laufe jetzt nur auf deinen grünen Punkt zu. Ich bin immer noch, äh... Ja. Bei der Station. Oh, das ist so kalt. Jetzt hab ich die Tür zugemacht. Man braucht einen Dietrich. Aber da war nichts drin, zum Glück. Aber man braucht einen Dietrich, um den wieder... Um den wieder aufzumachen. Ist natürlich auch geil. Okay. Ah, da bist du. Warte mal, ich komm jetzt einmal... Wenn ich den Eingang finde. Ja, aber genau diese Dinger meinte ich. Dieses Storm hier. Sturmfänger-Station oder was das ist. Aber... Wie es hier funktioniert. Aber was kann man halt hier machen? So, wo hast du das jetzt gefunden? WB zum Drehen, okay? Ach stimmt. Ich konnte hier gar nicht rein. So war das genau. Weil ich hatte keinen Dietrich und nix dabei. Ich konnte hier nicht rein. Das war das nämlich. Jawoll. Da hat er sie aufgemacht. Mit dem Dietrich. Ja, sehr geil. Ist zwar nichts drin, aber ich wollte jetzt einmal gucken, wie das funktioniert. Da werden wir gleich einen neuen holen. Das ist ja gar nicht so schwer. Ja. Aber guck mal, das ist doch dieselbe Werkbank, die ich erreiche, wenn wir bei uns das machen. Ja, aber die können wir auch selber bauen, ja. Okay. Ich könnte auch Stoff herstellen, aber ich weiß nicht, wo wir die dafür nötigen. Du hattest doch gesagt, hier liegt irgendwas rum, was ich mitnehmen kann. Wo war das? Ich habe gesagt, dass hier überall Sachen rumliegen, ja. Ja, ja. Ich habe aber noch nichts gefunden, was ich aufheben konnte. Das meinte ich. Wahrscheinlich, weil ich die Sachen aufgehoben habe. Ja, aber du hast doch gesagt, du hast mir irgendwas übrig gelassen, oder habe ich das falsch verstanden gehabt? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich hebe das alles auf und kann es mitbringen. Ach so. Wo ist mein Pferd? Ja, was deins. Mein Pferd ist weg. Es kommt nicht zurück, wenn ich es rufe. Nee, das ist doch verdammt. Ich habe ewig verschollen. Ah, da ist es. Ich kann dir jetzt gleich hier so ein Iron Ore geben, habe ich gesagt. Ach so, sorry. Ja, dann mach das. Ich bin hier noch in dieser Hütte. Ja, dann komme ich jetzt auf jeden Fall erstmal zu dem Laden. Ich habe jetzt ein paar Sachen gefunden, aber die können wir noch nicht gebrauchen, keine Ahnung. Bisschen wieder zurück jetzt, oder weil du bist ja in die ganz falsche Richtung geritten. Wovorlang bist du jetzt? Ich reihe jetzt gerade noch einen Weg zurück. Ja, so. Ich würde aber gerne wissen, warum ich gerade so schnell zwei Level gestiegen bin. Das hat mich irgendwie jetzt ein bisschen verwirrt. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber was habe ich geschafft, dass ich so viele EP bekommen habe. Ich glaube nachts, wenn man wirklich in die Geschäfte muss, bevor man weitermachen kann. Das ist echt einfach mal irgendwo hinreiten, wo man noch nicht war, um die Experience mitzunehmen. Naja, die Zeit dann so nutzen, meinst du, ne? Ja. Ja. Ja, okay, irgendwann hast du auch... Ja, genau, irgendwann hast du halt alles in der Zeit. Ich wollte gerade sagen, weil ich reite hier die ganze Zeit lang und ich kriege gar keine Punkte mehr, weil anscheinend war ich... Kannst du empfehlen, zehn Lagerfeuer zu bauen oder wie viele du halt noch machen musst? Und da gibt es auch nochmal 2500 Erfahrungspunkte, wenn du die zehn gebaut hast. Okay. Ja, vielleicht sollte ich das echt mal machen. Bist du schon am Haus, ja, ne? Bin ich schon bei mir am Haus, ja. Ja, ich sehe halt nur deinen grünen Punkt, aber ich weiß halt, die Entfernung kann ich nie sehen. Steht ja nie bei oder sowas. Warum denn nicht? Bitte? Warum denn nicht? Ja, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt mal geguckt, also ich... Wir müssen jetzt noch Handwerkszeug als nächstes freischalten für vier Punkte, dass man das herstellen kann. Hoher Kraftstoff für vier Punkte. Also brauchen wir schon mal acht. Was war da noch, was man brauchte, um diese Schnellreise-Dinger freizuschalten? Wie karalisches Werkzeug, wo haben wir das denn? Was wahrscheinlich auch noch mal vier? Was nochmal? Sag nochmal, sorry. Ach sound, die moderne Pickaxe, mit Level 36 können wir die freischalten. als herstellbar also